Hast du Harry Potter Filme geschaut? Nö. Um hier mal eins klarzustellen, ich bin anders als ihr, okay? Ich bin anders als ihr. Ich hab noch nie ein Teil Herr der Ringe geschaut. Ich hab noch nie ein Teil Harry Potter geschaut. Ich hab noch nie ein Film von Star Trek oder Star Wars geschaut. Ich hab noch nie Filme von Marvel geschaut und find das auch alles ziemlich uninteressant. Ich hab noch nie ein James Bond Film geschaut. Ein dickes Monte L würdet ihr sagen. Ich sag aber ein dickes Monte B. So, jetzt hab ich kurz einen Schlaganfall gehabt. Mission Impossible hab ich geschaut. Hab ich geschaut, war babamäßig, Digga. Mit Tom Cruise, den alten Rosettenlecker. Bitte auf zu deppen. Ich depp in der S*** deiner Mutter. Damit wir auch mal die Fronten geklärt haben. Also ich sag Fast and the Furious, ey, change my mind. Fast and the Furious waren die ersten drei, vier Teile. Ich glaube, die ersten drei Teile geil. Danach alles... Ganz einfache Sache. Nie gesehen die Filme. Also ich sag euch ganz ehrlich, Moment. Äh, Moment, Moment. Also die Zeit von Need for Speed war grandios. Die Anfangszeit. Denn das hier... Das war Need for Speed. Die Zeit, die Anfangszeit war geil. Und auch die dazugehörigen Filme wie Fast and the Furious. Das war eine geile Zeit. Aber jetzt, Digga, ist halt einfach so... Nix mehr Besonderes. Also die Anfangszeit, wie bei vielen Dingen, war die beste Zeit, ne? Overratede Filmreihe. Ja, overrated würde ich sie nicht sagen. Aber man hat dann am Ende halt versucht, die Kuh komplett zu melken, Digga. Die ersten drei Dinger waren richtig geil, fand ich, von Need for Speed. Äh, von Fast and the Furious. Aber danach so war eher so ein Moistimeyer-Ding, fand ich, Digga. Kommt bald der zehnte Teil raus. Ja, irgendwann sollte man auch mal gut sein lassen, Digga, ne? Ja, nachdem Power Walker gestorben ist, war nicht mehr. Ja, kann sein. Transformers geschaut, auch nicht, Digga. Ich bin da anders als ihr. Ich sag's euch so, wie's ist. Wenn ihr mir einen Film empfehlt, beispielsweise, und alle sagen, der ist geil, dann guck ich ihn erst recht nicht. So, vom Ding her. Ich bin so altbacken, Digga. Ich guck am liebsten die alten Schinken. Die alten Filme, so. Die alten Quentin Tarantino-Filme. Allgemein Filme, so. Um die 2000er bis vielleicht noch 2010, so. Das war so eher die Zeit, die Filme, die ich gefeiert hab. Und das, was jetzt so in den Kinos ist, da sind gute Filme bei, versteht mich nicht falsch, aber es ist mir alles zur Neuzeit. Harry Potter hab ich noch nie in meinem Leben gesehen, Digga. Nein. Wisst ihr so, so Filme wie Pulp Fiction, ein Soldat namens James Ryan, äh, Forrest Gump. Das sind jetzt so ein paar Filmklassiker, nur mal als doofes Beispiel, ne? Sowas wirst du in der heutigen Zeit nicht mehr geben, Digga. No Country for Old Men. Boah, Digi. Ein ganz krasser Film. Aber da zwei gesehen, nee, Digi, ich hab auch nicht den ersten Teil gesehen. Und ich hab auch nicht vor, den ersten Teil mir anzugucken, Digga. Es geht, also, ich mag die alten Schinken einfach lieber, Digga. Punkt. Muss man mehr auch nachsehen. So Fight Club Beispiel, einfach Digi. Ja, Eis am Stiel, huch, Philipp. Das ist hier eher Philipp seine Region. Da lächelt er, Digga, da hat er die Erinnerung, die ersten Kitten, Digga. Ja, Gran Tarino, das sind alles Filme so, versteht mich nicht falsch. Die Generation von euch von jetzt wird über diese Filme vermutlich in 10, 20 Jahren dasselbe sagen, dass nämlich die 2010er, 2020er Bereich geil waren. Aber ich bin halt auch ein Typ, der gerne so ein bisschen in der Nostalgie schwelgt, so. Und ich fand die Filme von damals einfach besser, Digga. Space Jam. Oder Space Jam, einer der krassesten so Kinderfilme. Also, es ist ja mal ein Kinderfilm, Bruder. Space Jam hab ich geliebt, Digga. City of God, ein ganz krasser Film. City of God, einer der krassesten Filme, die ich jemals gesehen hab, Digga. Aber auch so Filme wie The Devil's Reject von Rod Zombie, Haus der tausend Leichen. Was gab's denn noch? Food Soldier, der erste Teil. Boah, es gab so viele krasse Filme, Digga, an die die heutigen Schinken gar nicht mehr rankommen. Aber auch so Filme, die auch Mainstream damals waren, aber trotzdem richtig geil. Gesetz der Rache mit Jared, Gerald, nee, Jared Butler heißt er, glaube ich. Jared Butler. Gesetz der Rache. Gamer. Das waren Filme, Digga. Puh, das waren dicke W-Filme. Gesetz der Rache, puah, wie er zu der Richterin gesagt hat, dass sie es gerne den Arsch hat, Digga, das hab ich gefühlt. Und ich glaub bis heute dran, dass sie es wirklich wollte. American History X, auch ein krasser Film, Digga, auf jeden Mann. Mit einer heftigen Message, auf jeden Fall. Safe Call, ja. Gibt so viele gute Filme. Green Mile war auch ein heftiger Film, ja, Mann. Green Mile mit Tom Hengst und den großen, kräftigen, dunkelhäutigen, der ja auch gestorben ist mittlerweile schon vor einigen Jahren. Police Academy war auch sehr, sehr lustig. Safe Call. Police Academy war... Den hab ich, Philipp, kennst du auch noch Police? Aber auch da muss man sagen, die ersten Teile waren nur krass. Alles, was danach kam. Ja, Teil 3 bis 5 oder so, das konnte ich einfach... Also die ersten Teile waren am geilsten, Digga. Police Academy, so ein gutes... Also so geil, Digga. Hab ich auch extremst gefilmt. Die Piepstimme der Frau, ja. Ach, Digga. Es war... Police Academy waren gute Filme, auf jeden Fall, ja. Jeder hat ja natürlich so seine... Seine persönlichen Favorite-Filme, weißt du, wie ich mein? Die nackte Kanone, Digga, oha. Digga, die nackte Kanone war sensationell gut. Oh, Digga. Den mit einem Joint-Intoskopen, Digga, da war aber der Lash-Flash-Vorprogrammiert. Hier ist ja nochmal Nils Lee Nessen oder so, wie hieß der Schauspieler von... Ja, ja, ja. Leslie Nielsen, ich kann... Ja, ja, wie hieß der Schauspieler nochmal? Braveheart war auch heftig mit Mel Gibson. Ja. Das war auch ein krasser Film, Digga. Safe, ja, ja. Leslie Nielsen, glaub ich, ja. Oder... Ja, irgendwie so. Also... Also die nackte Kanone war... Ich weiß doch ganz genau, Digga, wo er in diesem Professor-Büro war, bei diesem verrückten Polizisten so mäßig und er ihm unten die neue Graffiti-Wand vorgestellt hat. Da haben sie an die Graffiti-Wand reingesprüht und die Wand hat zurückgesprüht, Digga. Das war... Zeitloser, lustiger, ich weiß nicht. War Spencer-Terence-Szenen, natürlich, ja, klar, natürlich. Welcher Film, wenn ich auch geisteskrank ist, war zum Beispiel 8mm mit Mel Gibson. Boah, war das ein geisteskranker Film, Digga. So ein krasser Film, Digga. Das war ein heftiger Film, Mann. Oder wenn ich jetzt überlege, das sind... Bruder, Next Friday und After Next Friday mit Ice Cube, Digga. Nee, nein, nur Friday. Der Rest ist nur Friday. Nee, auch After Next Friday. Ja, beide Teile sind gut. Ja, wohl, Digga. Beide sind gut. Hä, ja, die anderen sind schon... Mit dem Mexikaner, der seine Mütze immer bis unter die Augen... Ja, 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 ja. Diese Filme, Digga, auf Highness waren die, Bruder, geisteskrank damals, Mann, das war so gut. Das war ein Hip-Hop-Hoot war natürlich auch klasse, Digga, ja, ja. Blood In, Blood Out, auch ein krasser Film, Digga, Blood In, Blood Out, ein ganz, ganz krasser Film. Half-Baked, auch From Dust Till Dawn. Aber allgemein muss man sagen, fast alle alte Schinken von Quentin Tarantino waren geisteskrank. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, vielleicht kennt Philipp den noch. Jackie Brown? Ja, klar. Jackie Brown war ein geisteskranker Film mit so vielen krassen Schauspielern. Wie hieß denn der andere nochmal? Reservoir Dogs, genau, den meine ich. Reservoir Dogs war auch ganz krass, Digga. From Dust Till Down war aber auch von einem anderen Planeten. Ach, Digga, der hat so viele gute Filme gemacht eigentlich, ne? Ja, der. Quentin Tarantino, geisteskranker Typ, Digga. Guck mal, Jasmo, wir reden hier über Filme und das einzige, Digi, äh, Bruder, Prinz von Bill Air. Also sei mir nicht sauer, Digga, aber du hast hier, du kriegst erstmal jetzt ein Timeout. Du hast hier gar nichts, du hast einfach gar nichts hier beizutragen, Digga. Weg, so. Erstmal eine Stunde Maul halten, angesagt, Digga. Ja, in Glory and Bastards war auch krank, ja, aber war schon ein bisschen was von der neueren Generation, ne? Okay, Bill war auch krank, ja. Hab ich letztens von jemandem gelernt, dass gewisse Dinge, die, äh, in welchem Film waren das nochmal? Genau, in Pulp Fiction waren theoretisch gesehen schon einige Easter Eggs, die später bei Kill Bill wieder hervorgekommen sind. Welcher Film auf jeden Fall in die Top 5 kommt, ist Leon der Profi, Digga. Jean Reno, ja? Also, Leon der Profi, glaube ich, ist, würde sogar vermutlich in meine Top 3 aller all-time-beste Filme wandern, Digga. Der, also, Leon der Profi, dem, also, falls ihr den nicht geguckt habt, den müsst ihr gucken, Digga. Das war so ein kranker Film, Digga, mit so einer heftigen Message auch eigentlich so, also, das war schon, das war schon ein geiler Film, Digga, muss ich wirklich sagen. Der Full Metal Jacket, auch ein geisteskranker Film, ja, Mann. Den hab ich ganz vergessen, Full Metal Jacket, war eine krasse Legende, Digga. 300 der Film war auch heftig, da habt ihr recht, ja? Wirklich ein super Film, Digga. Denn auch da wieder, der zweite Teil, es gab ja noch einen, der war nicht so geil, den hab ich nicht so gefühlt. Machen wir einen Punkt dahinter, weil jetzt, es endet gerade wieder da drin, dass jeder seinen Film reinschreibt, ist ja auch vollkommen okay, aber jetzt, ähm, machen wir einen Punkt dahinter, Digga.